Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Minecraft Dimensional Dive Mod Pack. Und ja, wir sind das letzte Mal verreckt, haben jetzt auch wenig Hunger. Haben jetzt Obenblocks drin, also Obenblocks, weil wir dann Grabsteine haben und haben den Infernal Mobs Mod rausgenommen, damit wir vorläufig nicht diese Mobs haben. Er ist wahrscheinlich auch ein bisschen modifiziert worden, also ich möchte ihn gerne später wieder rein tun, aber ja, ihr wisst es, er bringt uns sehr viel Kummer und Probleme. So, der Mod scheint auch ein bisschen verbuggt zu sein, dass manchmal keine Ding kommen, kein Loot. So, M-Ding haben wir noch nicht, die Kühe können wir noch gar nicht anlocken. Wir essen mal hier eine Tomate, Sodele, dann heilen wir auch. So, wir wollten einen Cheeser machen, dafür brauchen wir hier den Stein. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen hier, items wieder zurückgecheatet. Das ist natürlich nicht alles. Wir haben Verluste, das ist klar, aber das ist auch der Sinn des... Wie geht das jetzt? So, Cheeser. Gut. Dann Cheeser. Blackberry-Saft. Sehr schön. Also, heute machen wir mal Thumbcraft. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was man machen muss, aber das werden wir dann sehen. Zuerst einmal brauche ich ein bisschen Holz. So, Kuh, bitte nicht das Gras kaputt machen. Toll, hey. Wirklich toll. Scheiße verpackt. Nun gut. Dazu müssen wir das jetzt verarbeiten. Und jetzt müssen wir hier Augwood-Ding machen. Dann so. So und so. Ja. Table. Und dann brauchen wir was? Brauchen wir irgendwas? Brauchen wir den Stab? Ich weiß gerade nicht mehr genau wie. Mhm. Gut. Ähm. Das lassen wir mal hier. Den Table. Wir machen zwei Table. Zwei Table. Zwei Table. Einen Table tun wir hier hin. Der andere tun wir jetzt in der Tat. So. Ich möchte gerne, ähm, Eisen. Haben wir hier irgendwo Eisen im Ofen? Haben wir hier irgendwo Eisen? Haben wir das Eisen verloren? Nicht wirklich, oder? Mist. Da müssen wir nochmal das Eisen holen. Ach egal. Ist jetzt nicht so schlimm. Aber da wir jetzt den, ähm, Open Blocks Mod haben, verlieren wir die Out-Items auch nicht mehr so extrem schnell. Was ist denn das? Ein Werwolf. Ja, da gehen wir lieber nicht runter. Da unten ist nix scheinbar. Hier auch nicht. Müssen wir schon fast bisschen graben, oder? Ach komm. Um. Es ist nicht weiter so schlimm. Wir gehen jetzt ein bisschen hier runter. Ich möchte gerne ein bisschen höher graben. So. Nein, da wollte ich die setzen. Ich weiss nicht für was wir diese, wie heisst es schon wieder, Opale? Amber. Ich weiss jetzt nicht, was auf Deutsch heisst. Bernstein, glaube ich. Ja, Bernstein. Ah, die brauchen wir. Genau. Da können wir gleich den Start machen. Aber zuerst möchte ich noch ein bisschen graben. Das Granit sieht sogar schon ein bisschen besser aus. Ist zwar ein bisschen verpixelt. Aber sieht gut aus. Ich weiss jetzt nicht, ob man diese, ähm, Mana-Teile oder was das sind. Ähm, Entrophie-Scharts, ähm, besser abbauen kann. Dann mit einem Cyberstab oder so. Also dass es mehr draus gibt. Keine Ahnung. Ah, wir werden es ja dann sehen. Das ist Zink. Von welchem Mod? Metallurgy schon wieder. Der Metallurgy-Mod, der hat recht viel eingebaut. Das ist cool. So. Oh, da haben wir noch. Windneum, Arf und Ars Magical. Okay. So, was haben wir denn hier noch für Erze? Komm, ein bisschen schneller abbauen. Nun gut, gehen wir nach oben. So. Also gehen wir nach oben. So. Komm. Wir machen dann auch natürlich eine Mine beim Haus. Aber wird es schon wieder... Ist schon wieder Nacht? Okay. 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 Überall Creeper. Das ist nicht gut. Hoffentlich explodieren wir nicht hier. Komm. Schneller. Okay. Gut. Der Creeper ist wo? Da unten. So. So. Den haben wir besiegt. Ganz knapp. Aber wir haben ihn besiegt. Der andere Creeper kann zur Hölle fahren. Am besten. Ich hoffe, der kommt nicht. So. Ja. Kohle haben wir leider auch nichts mehr. Naja. Wir wollen den Zauberstab machen, aber mit den vielen... Oh. Müssen wir auch noch Stärke machen. So. Den Zauberstab geht, glaube ich, so. Nicht. Hm. Nun gut. Zauberstab. Ähm. Wir müssen hier drin... Ähm. Schreiben wir mal. Da ist ein Wand. Das ist ein Eilencapped. Ist das der Stab? Eilencap. Wir machen Eilencap mit Nuggets. Das ist leider schlecht momentan. Oh Gott. Da hatten wir ein Pech. Nun gut. Dann gehen wir mal hier ein bisschen noch eine Höhle suchen. Wo noch Erz drinnen ist. Oh Gott. Einen Panda möchte ich nicht gerne töten. Eine Spinne. Töten wir auch. Ha, 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 ha. Hm. Nun gut. Wir haben gerade hier nirgends eine Höhle. Wieso gibt es so viele Bären? Muss ich den Mod auch noch rausschmeißen? Manche Mods sind richtig imbalanced. Das ist ein bisschen... Überall Bären. Überall Bären. Das ist nicht gut für die Fauna. Äh, nicht für die Fauna, die... Doch, für die Fauna. Fauna ist die ja gut. Hm. Hier haben wir zum Beispiel eine Höhle. Schauen wir mal hier rein. Und die geht nach unten. Hm. Okay, das ist sehr schön. Grüner Stein. Grüner Schatz. Aua. Ist das so viele Creeper? Was habe ich getan? Danke. Oh mein Gott. Die Creeper sind dumm. Die Creeper sind verschissen. Ah gut, Kohle. Ah, das ist schön. So, dele. So ein viel Kohle. Für den Drago gibt es hier Kohle. Sehr schön. So. Nochmals ein Creeper. Dankeschön. Sehr nett. Ich hätte ein bisschen blocken sollen, aber ich habe sowieso keinen Schaden bekommen. Oder... Ganz wenig. Nochmals Eisen. Sehr schön. Wir haben hier den Creeper Tunnel und... Das geht ein Achievement. Das geht ein Achievement. Krr... 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 Oh. 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 Von mir aus. Nein, das... Nicht abbauen. Können wir jetzt kurz schauen. Ähm... Obsidian! Ja, ganz klar, Mann! Ist das Bronze? Äh, nicht Bronze. Was legen wir weg? Das da. Und jetzt? Deep Iron. Deep Iron. Das bräuchten wir vielleicht später mal noch. Chimerit. Was? Harvestkraft? Oh nein, Harvest Level. Hm. Bohnen brauchen wir. Die Bohnen könnten wir gerne brauchen. Ja, was legen wir weg? Einen Pfeil. Und noch irgendwas. Ja, toll. Wir haben zu viel Item. Zu viel Item. Speiterei. Das brauchen wir sowieso später nur zu Tränke machen. Hm. Das Eisen möchte ich gerne noch mitnehmen. So. Schauen wir mal hier. Boah, dieses Labor. Zinn. Nehmen wir mit. Kohle noch ein bisschen. Ja, das reicht. Ich möchte gerne... Oh, ein bisschen Gold. Sehr schön. Ach komm. So ein Creeper runter mit dem Zeugs. Haben wir den Backpack Mod drin? Ich hoff's. Bluetobus brauchen wir nicht. Das können wir noch gebrauchen. Was ist das eigentlich für ein Pilz da? Und was ist das? Vinteum Ore. Copper Ore Berry. Copper Ore Berry. Oh, das ist... Shimmering Mushroom. Hm. Das haben wir im Winter. Okay, das ist unsere... Dinghöhle. Farmhöhle. Mein Höhle. Die ist gut. Die hat... Die hat... Die hat... Die macht Spass. So. Silber haben wir nicht im Momentan. Können wir dann alles später aufsammeln. Ich muss jetzt irgendwie hier rüber. Ich muss jetzt irgendwie hier rüber. Sudele. Hier hoch waren wir. Genau. Ja. Dann ist da hier der Ausgang. Hier ist auch noch ein bisschen Erz. Was ist das? Kupfer. Kupfer haben wir schon. Ja. So. Auch gut. Da drüben. Geht noch weiter. Nicht vergessen, Drago. So. Da ist ein Creeper, aber gefangen. Da ist nochmals ein Creeper. Das ist nicht so gut. So. Der Creeper will unbedingt uns erreichen. Ach, Manu. Ich habe das Schwert nicht in der Hand gehabt. Aha. Da kommen die Creeper her. Oder der Creeper ist hier hergekommen. So. Also gehen wir raus. Schnell heim. Sonst wird es noch Nacht. Wir dürfen das nicht zulassen, dass es Nacht wird. So. Den Magic Forest möchte ich dann auch noch kurz, ähm, anschauen. Also, mir, Ding hat, ähm, Megacoolman hat mir erzählt, dass dort ein schönes Gebiet ist, wo wir dann mit dem Thumbcraft Sachen machen können. Hide. Brauchen wir nicht, oder? Hm. Du, lass den, lass den kleinen Hasen in Ruhe. Da hat der nichts gemacht. Oh. Es ist zwar ein interessanter Mod, also einer, den ich früher immer gern gehabt habe, aber, dass die irgendwelche, wie nicht weiterentwickeln. Also, dass die immer noch die scheiß, ähm, Sounds haben und so. Vor allem laute Sounds haben. Kann ich irgendwie nicht so gut verstehen. Nun gut. Ist ja auch nicht mehr oft anzutreffen diesmal. Früher, vor drei Jahren, gab es diesen Mod in jedem Modpack. Einfach mal in jedem Modpack. Und es hat bei meinem PC damals, ähm, richtig stark geleckt, dass zu viele Monster und so gespawnt sind. Da hatte ich noch so einen Windows XP-PC. Okay, es war vier, es waren vier Jahre her. Ähm, weil ich den PC schon seit vier Jahren hatte, den alten. Ähm, wo sind wir jetzt? Wir sind irgendwie zu weit. Da ist auch noch eine Höhle gut. Ja, die können wir jetzt nicht mitnehmen. Ah, hier sind wir. Okay. Der Kripp ist zum guten Glück weg. Das muss er auch. So. Also. Als erstes mal die Sachen hier rein tun. Und jetzt ein bisschen pflücken. Weil die sind schon nachgewachsen. Das ist gut. Recht viel. So. Okay. Machen wir den Raspberry auch hier rein. Raspberry Juice. So. 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 Und hier noch. Oh. Mist. Okay, dann wärst du halt nochmals. So. Okay, dann halt nicht. Da haben wir ganz viele Sachen. So. 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 kommen wir gar nicht nach. So. 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 okay. wenn die nicht andere Tiere angreifen würden. Nur uns oder so. Wenigstens uns angreifen würden. Ja. Aber, naja, das ist zu schlecht. Gut. Also, wir brauchen dieses Iron. Und dieses Iron Cap machen wir aus Nuggets. Und aus Nuggets, wie machen wir die schon wieder? So. So. Gut. Das haben wir auch. So. Yay! Ich habe einen Stab. Ich bin der Beste. Wo ist der Cheeser? Cheeser ist hier. So. Nein, nicht das. Cheeser. Ach komm, Mixer. Da. So. Die anderen zwei mache ich hier rein. Gut. Das machen wir mal rein. Das machen wir rein. Erze machen wir rein. So. Dann machen wir mal das auf. Goldköln. Okay. Das kann man aus dem Goldköln machen. So. Alles, was wieder grün ist, hier weg. pickfett. 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 Das, was nicht grün ist, hier rein. Das, was nicht grün ist, hier rein. Das unnötige Zeug machen wir hier rein. Das ist momentan unnötige Zeug. Ähm. Ja, die Dinger auch. Die sind aber dann wichtig. So. Ähm. Wo haben wir für zuckere Wasser? Da müssen wir noch irgendwo Wasser holen. Ich habe leider hier nirgends. Ah ja, die Dinge, unbedingt die Kühe ein Ding. Ein Spern. Ähm. Ja, toll. Wir haben keine mehr. Ach Gott. Ja, Eier will ich nicht in den Arm. Nun gut. Dann machen wir neue. Okay. Ah ja. So. Gut. Das ist doch besser. Also. Haben wir das. Der Hasen darf aber nicht hier sein. Ich glaube, die bringen auch nichts. Ja. So. Ballet haben wir auch. Ah, da drüben ist noch eine Kuh. Komm mit. Ja, du schaffst das. Ja, du bist drinnen. Du hast es geschafft. Achievement. Get. So. Und die andere Kuh kommt auch noch hier hin. Ich hoffe, die heilen sich, wenn man ihnen Namen gibt. Sonst leider. Ah ja. Ja, komm bitte. Komm bitte. Komm bitte. Ich werde dann wahrscheinlich noch Mystkräfte oder sonst irgendwas reintun, damit wir nicht zu lange farmen müssen. Und ja, schauen wir dann mal. So. die Hühnereier. Ja, toll. Wieder mal keine. Ist es denn noch möglich, mal zwei aus vier Eier zu bekommen? Cool, dass so viele blaue Blüten Ding. Also die mache ich jetzt mal weg. dann Tomaten kann ich lassen. Okra lasse ich auch mal. Garlic ist sowieso wie tree. Mit dem werde ich mich noch nicht befassen, auch weil ich es nicht so kenne. Da noch. So. Gut, dann mal die rein. die raus. Oder ok, die rein. Ähm, die rein. So. Und jetzt machen wir uns mal, sollten wir die hier machen? Genau, wir gehen jetzt mal rüber und schauen uns den Wald mal an. Ich kenne ihn nicht so gut. Ich weiß noch damals bei Monster, für den Biesten Monster, habe ich das nächste Mal diesen Wald entdeckt und bin dann dort ein bisschen das war glaube ich auch mit Megakurmen zusammen. Haben wir dort ein bisschen gewohnt. Gut, da ist Eisen drin, können wir nachher auch noch holen. Also eine Lichtung sollte ich suchen. Oh, schön, was haben wir bekommen? Pineapple, das könnten wir dann an pflanzen. Hier sind Schafe. Oh, das wähle ich. Den, 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 den her möchte ich. Na, den nicht so unbedingt. Ich bin jetzt nicht so eine Sammler, so ein Sammler von Hüten, aber der ist auch cool. So, das nehmen wir auch. Ist das die Lichtung? Nö. Helleres Gras sollte noch sein. Hm. Boah, wie viele Hühner gibt es hier noch? Was ist denn das? Char O'Brain, aha. Ein Gehirn in einem Ding. Trunk Ding. Oh, das ist, das dachte ich schon, wir hätten ein Ding bekommen. So, hier ist irgendwo eine Kiste. Immer die, wo Spinnets dran haben, die dicken Böme von Timecraft. So, hier. Wow. Das ist mal ertragreich. Das ist ertragreich. So. Gut. Suchen wir mal weiter. Da ist der schöne Baum. Da leucht den. Wieso hat der Trank-Effekte? Hm. Aha. Now sehr okay. Der hat noch die Effekte, aber hoffentlich nicht alle Effekte noch. Sonst muss ich schauen, wie ich dann den Mod ganz deaktiviere oder so. Ich habe so das Gefühl, das Modpack ist sehr viel geändert worden. bei den Mods wurden Einstellungen geändert und so. Auch dass man zum Beispiel bei Mod Creatures die Mobs nicht runterstellen kann und so. Das ist eine Frechheit. Lieber Mod Entwickler. Und auch die vielen Updates die du machst gerade. Das ist schlecht, weil ich aufnehme. ich werde es noch nicht upgraden erst, wenn dann mehr ähm wie viele Tiere kommen hier noch? Das ist ja extrem. Sheet. Den Creep kopfe ich. So. Ähm ich möchte gerne die Lupe machen noch ähm jetzt brauche ich aber noch ein paar Sachen was ist das Kenny oder der andere von South Park Okay Pferde brauchen wir nicht neben dem Hut See Utox was wie bitte oh Mann ist jetzt die Spinne gespawnt So eine Musik Disc Money in a Bottle das Mund am Katal ist So jetzt müssen wir aber noch Hause sonst haben wir dann Monster auf dem Hals auf dem Hals und dem Monster Ah den will ich auch Danke Wir gehen am besten in eine Höhle rein da war doch irgendwo noch eine Höhle ist auch ein Wald ein Bermut Dingse Bungse So hier drinnen werden wir mal Sul vorbeachen wir nicht Okay es ist keine Höhle Wo war die andere Höhle was ist denn das ist das ein Wisp ja das ist ein Wisp oh ich haue lieber ab so bis zum nächsten Mal werden wir jetzt noch ähm ein paar Erze sammeln Ja ja genau schießt du durch lol Seeds weg Tee möchte ich gerne anpflanzen Spinat Melone möchte ich gerne anpflanzen Rauschick nicht so wir haben zwei Pfeile gut oder wir machen hier kurz mal eine Kiste hin Mist wo ist jetzt die Kiste ich habe sie rausgeschmissen so weg so was nehmen wir alles hier rein das Fleisch die Erde hm okay so ich möchte gerne das Skelet ja wie treffen sie mich der Pfeil ist obermäh durch Unfähigkeiten nein nicht das Knochen Knochen finden wir noch gut Fäden so dann gucken wir mal ob wir eine Höhle finden die weiter geht schade dass die Spitzhack schon bald kaputt ist nun gut wir werden weiter runter gehen gibt irgendwo die Uhr Zeit ich weiß gerade nicht nö denke ich mal nicht schade nun gut ja wahrscheinlich finden wir hier nichts ich will nicht Kopper Ohr an den abbauen jetzt haben wir wieder zu viele Sachen ja okay okay ah die Spitzhack ist nichts mehr wert ich möchte nicht zurück gehen bis bis es wieder Tag ist wieder Tag nein ist Nacht oder sieht so hell aus draußen okay eine Musik kann ich hier antun den ring können wir irgendwie ausrüsten so hier haben wir noch mehr Sachen eine Scroll haben wir nicht okay Level 19 wie können wir jetzt leveln wie können wir leveln nicht wie Level 19 Attribute oder so ne 10 naja wir haben nichts 10 ist 10 Haus Level 10 ja was bringt es uns nun gut okay und sowieso hier zurück Loot Kiste 1 so so ist es auf der Minimap auch angezeigt genau dann schauen wir mal draußen ob wir weiterkommen es ist immer noch Nacht okay machen wir den Part ein bisschen länger ich will um den wieder zurück hm den möchte ich hierhin der Trunk möchte ich hierhin so das ist Salz brauchen wir nicht ja jetzt ist warten wir haben keine Spitzhacke zum ich muss abbauen hm was ist das weiße da auf der Minimap keine Ahnung komm werde endlich Tag wieder oh ein Creeper ein Creeper ein Creeper ein Minizombie nein 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 so hier sind wir sicher komm was heißt Mitteltag okay ich werde hier den Part ähm wenden nächster Part kommt dann sogleich Dankeschön fürs Schauen Tschüss Tschüss